Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden. Heilandsworte. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal, opfern wir das gussbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kussbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es, Heilandsworte. Ich brauche Sühnerseelern, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi, bitte für uns und alle Sterbenden dieser Nacht. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch, rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Fußschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast im Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Heiliger Josef, du hast im Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind lieb. Und zu allen deinen Segen gib. Jesus Christus. Amen. 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 kami Vielen Dank.